Hallo Leute, Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe vom Gamestar Squad. Wow. Ja, heute geht es, wie ihr sehen könnt, um Heli-Akrobatik und darum, wie man das Squad-Logo bzw. das Platoon-Logo bestmöglich dabei präsentieren kann. Und ich habe euch schon zweimal abgeschossen mit meinem Panzer. Wie man seine Frames stabilisiert, was zur Hölle? So, du hast das mit dem Griff, ja? Sehr schön. Wow. Oh. Fuck. Das war's wohl für uns. Ah, Quatsch. Alter! Ist gerade Jett so an euch vorbeigekracht. Ja. Komm, wir müssen gewinnen, Lanzang. Dann habe ich bisher meine schlechtesten Runden gemacht. Echt? Gefühlt. Da muss der Schaden schon ganz anders sein, wenn er kritisch ist. Hab da mal C eingenommen, ne? Sehr schön. Wir nehmen D ein. Ich schmeiß glaube ich mal C4 runter. Einfach mal so. Just for the Lull. Oh, okay. Jetzt ist der Schaden kritisch. Alter, was hab ich denn hier für krasse. So, wir machen jetzt Teamspiel, oder wie sieht's aus? Ja. Ja. Unbedingt. Da kommt ein Kampfhubschrauber auf uns zu. Ich geb euch Support von der Insel aus. Denn meine Abonnenten wollen gerne einen Team wieder sehen. So, du kannst das nicht anholen von der Insel. Kannst du machen. Okay. Ähm, freundlicher Kampfpanzer. Geh an die Küste. Aber geh in Ehen. Bro, ich bin voll der gute Pilot. So, rechts mal. Ja. Ich würd mich wegmachen, wenn ich du wär. Tank. Raus, raus, raus. Geh raus. So, fliegst du? Fliegst du? Fliegst du? Eine Südse Sekunde zu spät, ich hasse. Wohin? Ich kann dich nicht wiederbelegen vom Panzer. Nein! Okay, raus. Soll, Hauptsache, das war ein Typ? Oder ne? Oh Gott, das ist wieder so verpackt, dass der Anzeige werden gekillt hat. Der Heli brennt doch nur. Ich weiß gar nicht, was du hast. Okay, ich komm wieder rein. Tu mal nicht so. Oh, scheiße. Ja, jetzt bist du von der Frankfurt getötet worden. Oh, shit. Ja. Moment mal, hier sind die fliegenden Fische, oder? Fliegende Fische? Fliegende Fische? Hier ist irgendwie eine Alarmanlage, ist das bei euch auch so? Fliegende Fische? Ja, das ist wegen des Dams. Ja, die Fliege, die, die Fische fliegen. Wie war das, wenn, wie war das, wenn der Damm einbricht, dann, äh, geht der Server down? Nein. Hier unten, wo das Wasser von diesem Fluss aus dem, äh, aus dem Damm, unten ins Meer geht. Oder was auch immer das hier ist. Wenn du da drunter durchtauchst, dann fliegen die so in die Luft. Na, geil. Wieso, wenn du den ganzen zerstörst, kommt da Wasser raus, oder ist das nur, einfach nur zu zerstören? Äh, geht ja nicht. Ja, da wird ja die ganze Map auf einmal unter Wasser sein. Also, wenn man so nur gesteckt. Ja, geil, ganz ehrlich. So gesehen ist dieser Staudamm einfach nur da. Da kann ein bisschen was rausbröckeln, sagen wir es mal. Das ist ja langweilig da, jetzt hat er denn da verpinnt, ey. Ich komme auch wieder zu euch. Es geht ja auch nur der obere Teil kaputt. Ja! Das ist ja noch behinderter. Mhm. Ach, da ist. Man kann euch aber nicht liebhaben. Oh Gott, raus. Man muss euch hassen. 300 kmh gern Boden. Sah schön aus. Ich hab's genau drauf. Blower und die Ermin haben. Kommt ihr mal zu D oder so? Jo. Jo. Hab markiert. Bin auf dem Weg. Andere Richtung. Ja, ganz toll. Erstmal ein Bart. Ne, ich nicht. Bart, 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 Bart. Was wären hier eigentlich für rote Flaggen? Ist das China? Ja. Das ist China. Ja. Ändern die sich eigentlich auch, wenn wir das einnehmen? Ne, wir sind ja China. Mal vergiss es. Aber wir haben's nicht eingenommen. Das heißt, die ändern sich nicht. Ganz genau. Wie sieht's denn so im D-Haus aus? Ist da so wer? Ne, irgendwie nicht. Doch oben, oben, oben. Oben sind welche. Da wurde auf jeden Fall eben von geschossen. Gegenüber bei dir im Balkon Viper. Überlebt mal. Fuck, ich hab noch RGOs mit. Ich auch. Mein Swerden ist broken. Ja, ich hab beide. Mein Kontakt. Ich hab beide getroffen. Oh, in your face. Boah, da hab ich fast gut getroffen. Warte, ich hol dich. Wo ist der? Der ist oben noch. Oben, ah, er ist tot. Ist mir geil, ich hol dich. Ach, Bonner, Cialot. So, in ein Jeep können nur drei. Haben wir hier noch ein Jeep? Wir haben hier zwei Jeeps. Dann haben wir ein Medi-Pack. Das ist wichtig. Ja. Das ist ja sehr schön. Medi-Pack. Mit. Lustig. Stell vor. Hast du da nicht für eine hässliche Tatung drauf? Die hab ich mal ganz am Anfang drauf gemacht. Überall müssen Tigerstreifen drauf. Nein. Ich hab überall Adapyfen. Ich hab überall Adapyfen. Ich hab überall Adapyfen. Wenn es Rede hat, muss da Tigerstreifen drauf. Die Havertrauen würde ich auch gerne haben. Die sieht ziemlich geil aus. Wo müssen wir jetzt hin? Ähm, wo müssen wir hin? Nirgendwo. Wollen wir B? B-Siehäuser sind cool. Wir haben B's mehr an deren B's. Wir patrouillieren einfach mal. Fahr mal gehen A. Genau. Bon Rape incoming. Okay. Okay. Was nehmen die denn gerade ein? Wollen wir so lustig fahren? Die nehmen eher ein. Die wollen uns fahren mal lustig. Wir fahren lustig. Biii. Oh shit. Oh Gott. Sehr gut, Jan. Wollen wir E? Ja. Biper, nehmen wir uns hier mal so ein Auto oder so? Äh, hast du eins? Ja. Ich bin Pionier, ne? Nein. Könnt ihr mich abholen? Ich renne schon mal zur E. Okay. Steck mal aus. Ambo, gib Gas. Gib Gas. Okay. Echt? Okay. Wiii. Hier, rechts. Stopp, stopp, stopp. Das wollte ich nicht. Ambo, stopp. Bremst ja schon. Die Kiste hat ein Bremsweg von einem Kilometer, aber sie kann Bäume umfahren. Oh. Geil, ich bin drin. Du bist ja rückwärts hochgesprungen. Und ich konnte auch zwei Bäume umfahren. Only in Battlefield. Da-dam-dam-da-dam-dam. Genau. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ambo, sehr schön. Oh nein, du stehst. Hier rechts jetzt. Hier rechts. Hab dich. Ja, Roadkill. Jawoll. Kommt einer hoch, pass auf. Was hab ich? Was hab ich? Wieso hab ich eine MX-4 in der Hand? Hätte nicht jemand. Eine schallgedämpfte MX-4. Was zur Hölle? Okay, ich hab hier drin ein bisschen aufgeräumt. Wo ist der Kerl? Soll ich da kommen. Ihr seid denn mit dem Auto? Ja. Ich hab euch da mal eine Flash... Bitte meine Waffe wiederhaben. Und auch noch mal eine. Anscheinend nicht. Warte, kann ich wieder rein? Kann ich wieder rein? Vollart. MX-4? Ja, mit Schalldämpf. Ja, ja. Nein! Ich bin nicht reingekommen. Ja. Jetzt. Danke. Ich versuche euch markieren. Ich versuche auch wieder ein, was ich hier eigentlich nicht spielen sollte. A? Äh... Was passiert schon wieder Neues? So, wo müssen wir überhaupt hin? A vielleicht? Ich kann aber nicht rübergucken. Kannst du... Ne, jetzt. Alles klar. Mal gucken, ob du besser fahren kannst als die anderen so. Da dum, da dum, da dum, da dum. DUM divided .. Da fahrzeugst du voraus? Jajaja. Ja, wir springen daneben. Wir umrunden sie. Oh, fffst. Wow, dieser Drift! Wah, hallo! Baum! Ma, äh, Stein! Nein, ihr seid schon drei. Hiss, was? Und Aussteigen! Den Typen hast du umgelegt, ne? Ich habe ihn aus dem Buggy rausgeschossen, er ist weg. Ja, sehr gut. Ich bin tot vom Panzer. Nein! Wo ist der? Äh, mitten auf dem Panzer. Geschenk! Kannst du dich überlegen? Weh, das Haus geht jetzt down. Na, Quatsch. Ambo, das war eine ganz dumme Idee. Das war eine ganz, ganz dumme Idee. Nö, finde ich nicht. Also irgendwie sind die Häuser hier nicht so sicher. Da musst du nur der Tank einmal reinschießen. Das sind chinesische Häuser, das erwartest du. Die sind aus Pappmaché. Ich habe ihm den Panzer geklaut. Ich habe ihm den Panzer geklaut. Das ist doch wahr, Leute. Also ganz ehrlich. Oh Gott, was hat denn für ein Hässi getan. Wie ich ihm eiskalt den Panzer gesnackt habe. Ich räume jetzt erst mal auf. So, und ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Wir haben das gekonkert hier. Oh, und hier im ersten Schock sind Enemies. Ich habe dich gesehen, komm her. Oder ne, die sind ganz oben. Die sind ganz oben. Was zum... Nein! Wo kam der her? Der Heli ist da. Der Heli ist da. Wie kann das sein? Das Spiel ist kaputt. Nein! Ich habe ja neben ihm geschossen. Nein! Was zur Hölle. So weit war. Ich helfe dir dann mal. Manko, was auf. So geil. Aber das GS sieht schon cool aus. Yolo dann mal ein bisschen. Wenn die alle wieder da vorne sind. Juhu, juhu. Ja. Aber... Hab die ZDFW. Und komm jetzt zu A gefangen. Bisschen Luftunterstützung. Nein. 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 Jetzt wurde ich rausgeschossen. Äh, Viper, wie ist deine Lage? Äh, sehr gut. Gut. Dann steige ich ein bei dir. Da. Ich auch. Ah, Killhilfe nur. Hilfe incoming. Eli. Und so. Achtung. Achtung. Hm. Hm. Warum hab ich grad so 25 Frames? Haben wir irgendwas... ... meint. Eli schießt auf uns übrigens, ne? Irgendwas kann ich da unfracken. Ah, shit. Hier hinten läuft wieder wer. Sind wir irgendwie die einzigen aus unserem Team, die da rumgammeln? Ja. Zumindest was Fahrzeuge angeht, ne? Das GameStar Squad rollt mal wieder auf, ja. Ja, und ich sterb dauernd. Warte, ich hol euch, ich hol euch. Nein, da ist ja noch Reiler. Da sind zwei Leute. Alter. Warum bin ich killed in Action? Das Haus geht down. Toll. Vor allem, wo ich sterbe, da ist noch gar nichts passiert. Die müssen, das müssen wir eigentlich echt mal umändern. Dass man nicht instant stirbt, sobald das Haus anfängt einzustürzen. Weil es... Da fällt einem noch nichts auf den Kopf, aber man ist trotzdem schon down. Das ist... Nee. Einfach nee. Einfach nee? Einfach nee. Warum beschießt der mich? Was ist das für ein Nazi? Ist der da noch? Ja. Mensch, ich hab ne Einserquote. So ein Scheiß. Oh, jetzt hat sich mein Ping wieder gefangen. Schön. Im Haus. Im zusammengebrochenen. Ja, ja, ja. On my way. Ich bin wieder da. Ich weiß noch, wer der tot ist. Bein am Boden. Das sieht so aus, ne? Ja, hier sind voll viele von uns, der muss eigentlich tot sein. Ah, das war schlecht. Der hat sich, äh, getan. Ist ein Meister, der Tarnat und unsichtbaren Helm... Äh, äh... Alter, das darf nie wahr sein. Headshot. Ja! Intoleranz, Junge. Wenn du das siehst... Irgendwie ist die MP16 nicht mehr das gleiche, so von der, von der Präzision her. Ja. Das Ding ist voll geil. Ich spiel heute schon den ganzen Tag damit. Ja, ich auch. Ich hab eigentlich nie... Ach, dann snackt mir die hier wieder den Kill weg. Das ist doch nicht krassend. Im Haus geht hier gleich wieder down. Oh, Entschuldigung. Oh, ja. Oh, ja. Nachschutze. Ey, guck mal, hier ist ein Jet. Den kriegt man noch. Wer hat den Jet hier gelandet, ey? Nein, ich bin tot. Ist dagegen geflogen. Hab dich, hab dich. Ist ein Medic hier? Ja, dankeschön. Ich bin gar nicht. Ich bin tot. Gegner im Totenhaus. Ja, das Ding wird gestartet. Im Totenhaus. Der Sniper hat noch. Hallo und herzlich willkommen. Oh, Panzer. Oh, Mann. Und Mango hat's weggeschleudert. So, da bist du wieder. Und da ist schon wieder ein Hubschrauber. Ja, und Mango lebt noch. Und Mango weiß ich nicht mehr. Ich bin nicht Hubschrauber. Ich lebe noch. Im Haus, im Haus, im Haus. Jemand kann sich beschweren, wir würden keine Action hier bieten. Ich bin tot. Warum kann er... Geht da durch, wenn ich es dir sage, Soldat. So. Bei dem ist so ein WoW-Klan. Wo bist du, Mango? Mango bist du, ne? Ja, ich bin Mango. Ja, hier. Komm her. Ja, ich komme mit euch zwei Revenue. Ah, sehr schön. Nöbe! 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 Nö, 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 nö. Das ist wieder so ein... Patzer. Von wo werde ich denn jetzt beschossen? Dieser scheiß Heli, ey. Oh, die Snipern alle scheiße. Da hat einer im Haus. Server ist da. Von hinten. Das kann ich nicht mehr. Nee, fangen wir mal auf. Auf hinten. Hey, ich mache jetzt mal einen auf... Kriege ich mich an, jemand? Ich mache einen auf Jet-Unterstützung. Danke, wo ich gestorben bin an der Ecke. An der Hausecke. Okay. Sind wir jetzt alle so richtig? Ja. Ja, wir sind alle down. Sehr schön. Quote Vibe out. Also irgendwie ist A nicht so erfolgreich. Nee. Nö, wir haben es aber eisern gehalten. Ja, wir haben es schon ganz gut verteidigt. Eben, wir haben da gute Arbeit geleistet, finde ich. Heißt du es, wie? Wieder hin. Wow, und? Na gut. Leer es an. So, also ich fahr, ich fahr lustig, ne? Oh. L.A.V. Oh, wenn ich den krieg, wenn ich den krieg! Oh Gott. Nein! Oh Soooole mio! Oh Soooole mio! Das wird zu schön. So, ich bin hinterm Damm, das sieht cool aus. Habe ich die Verbindung mit meinem Namen auch nicht und ich kann immer also. Was hast du gesagt? Oh Soooole! Ach und wo? Oh, ganz fliegelig. Oh Stein! Ja, wir sind im Kampfgefahren mit der Panzer. Sehr schön. Ah Gottchen! Das war jetzt natürlich scheiße. Naja, und jetzt bin ich nicht medding, ne? Warte, kann... Ah ne, bis ich das Kit geswitcht hab... Oh, der Jumpcam. Ähm... Kann man bei dir joinen, Jan? Ja, ich versuch's mal. Ja, na... Bei mir ist gut. Bei uns. Was? Oh Mann! Ich dachte, den ich einmal getroffen hab. Bin down! Oh, Moment mal! Ich hab noch den Granatwehrfall. Warte. Das erstmal ausholen. Alter, wie's mein Kopf immer mitdreht, wenn ich... Ja, ich wollt grad sagen. Äh, äh... Richtig... Viel zu viel Infanterie da. Schön, wie du mal wieder bei mir markiert wirst. Boah! Sniper! Überall! Ja, überall schießen wir von uns. Und wieder hoch. Und wieder weg. Und raus. Überall Sniper. Nice. Ich bin da. Ich kann jetzt auch wieder überleben. Ich bin tot. Ich... Ich fliege auf A herab. Ja, komme. Ist da noch jemand in der Nähe? Ja, hinten auf dem Hügel. Hol' dich. Hol' dich. Es soll übergehen. Danke, Hol' dich. So, ich mach jetzt meine Support-Menschen? Support-Menschen? Ja. Mein eigenes Spitz ist. Und ich krieg direkt nen Double-Kill. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Huh, huh. Wat, 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 ne, 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 ne. Warum, Alter? Oh, ich wurde gesniped. Sehr geil. Immerhin ist es das erste Mal heute, da ich gesniped wurde. Das erste Mal, dass ich hier ein bisschen ins Visier genommen habe. Oh. Kommt der Helikopter runter? Junge! Hinterm Haus sind gerade zwei bei einem gejoint. Ich habe aber leider nur einen mitgenommen, weil ich wieder alle angeschossen habe und keinen. Ja, ich sehe sie. Das kriege ich noch. Dada hat mich krass durch die Wand gekillt. Oh, danke. Hier ist ein Tank in der Nähe. Oh, die sind zu zweit, ich schieb schon wieder auf zu einem Mann. Immerhin ist es kein Zuskill, aber ich bin tot. Das muss ich hier nicht mehr nachladen. Ja, ich komme auch noch irgendwann nach oben. Der Buffalo ist so hoch schade, hat mich getötet. Das ist schon zum vierten Mal. Ischallah. No. Was zum... Was war das jetzt hier? Komm, wir laufen alle zusammen. Jawohl, ihr seid da ja schon sehr gut. Wow, Rakete. Leute, da fliegt eine Leiche in die Luft. Oh. Achtung, da kommt einer hinterm Haus hervor. Hier kommen überall Tanks vor allem. Das ist das Schlimme. Da ist einer runtergeparachutet hinterm Haus. Ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Der Messer hat einen, den kriege ich. Habt ihr was gegen den Tank? Oh Gott, den kriege ich nicht, weil ich scheiße bin. Ich belebe dich wieder, ich belebe dich wieder. Da ist noch einer, pass auf. Warte, warum konnte ich den wieder beleben? Nein, wirf doch keine Flash! Weg hier. Das hat gerade Punkte gebracht. Nein! Das Boot haut hier rein. Volle Deckung! Ach, verdammt nochmal ein Boot. Ach du Scheiße, und jetzt beschlackt mein Spiel. Das ist irgendwie nicht so geil. Warte, wer ist hier tot? Ich behöle dich weiter. Ich krieg dich nicht, das Boot ist da. Aber ich, ich. Okay, das Boot ist down. Sehr schön. Munition mal jemand hier reinwerfen? Äh, warte, warte. Ja, ich hab hier... Dankeschön. Und so... Ja, ich muss die Versorgerpunkte machen, damit ich... Heli? Komm ich an den ran? Oh, an den komm ich da richtig ran. Nach rausgesprungen aus dem Heli? Zwei, ja? Da hinten an dem Hügel, einer down. Kommt wieder ein neues Boot, aber ein kleines. Den anderen hab ich. Aua, aua, aua. Ich werd beschossen. Ich hab euch. Danke. Du musst dringend durchladen. Da hinten ist noch einer, passt auf. Hier, aber ich geb dir mal Deckung. Ja, ich verkrieg mich erstmal im Gebäude. Hast du den? Ne, da ist er. Ich werf ne Granate rüber. Oh, ich werd mein Gott schnell durch. Gib mir mal Deckung. Oh, der Runde ist schon fast vorbei. Da ist aber noch einer, passt auf. Ey, schon wieder so hoch? Alter. Die Runde war richtig gut. Die Runde war echt gut. Ja. Die fand ich auch gut. Von da unten, ne? Ja, die lief so, so mittelgut bei mir. Ey, haben A voll gerockt, Leute. Ja, wir haben A gerult, auf jeden Fall. Gegner übermacht. Wenigstens mal ein bisschen Teamspiel, wa? Doch, schnell. Genau, wie es meine Abonnenten wollen. Ha, server besser. Muhaha. Ja, ich auch. Ja. Wie? Ja, kommt, Leute. Man soll aufhören, wenn's am schönsten ist. Nein. Nein. Das geht doch nicht. Mir ist das egal. Ich mach noch eine. Jo, ich auch. Wer sagt ja? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Geht los. Bis zur nächsten Folge. Wir sind motiviert. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.